Liebe Karolinerinnen und Karolina, die Woche ist vorbei und wir wissen nicht, wie es euch geht, aber wir hatten schon das Gefühl, jede Minute, jede Stunde eine neue Überschrift, was ist jetzt eigentlich gültig und so haben uns auch gestern erst nach Dienstschluss dann neue Informationen aus dem Bildungsministerium erreicht. Und wir versuchen das natürlich für euch zu übersetzen, da soll Unterricht entzerrt werden, wir können jetzt aber schlecht Räume anbauen oder Leute sollen zu Hause gelassen werden etc. Also wir gehen erstmal davon aus und das ist wichtig für euch, dass wir weiterhin Unterricht laut Plan machen. Was wir nicht machen können, sind Klassenfahrten, das ist gestrichen. Es kam auch nochmal der Hinweis, dass alle Hygienevorschriften und Regeln, die existieren, eingehalten werden. Auch das ist nichts Neues, aber der Form halber wollen wir es auch doch nochmal sagen. Ihr wisst, Hausausweis, Maske, Lüften, CO2-Ampel, Schnelltest, bis hin zum PCR-Pooling, wir haben alles. Und insofern wollen wir das auch weiter nutzen. Und da, wo das nicht so ganz konsequent vielleicht an der einen oder anderen Stelle eingehalten worden ist, nochmal der Hinweis, der Appell, bitte daran denken. Ja, dann ist es so, dass wir aber auch überlegt haben, wenn das jetzt schon alles so ist, muss man ja auch irgendwie eine Struktur reinbringen und das nochmal entscheiden. Und damit entscheiden wir jetzt, dass wir heute am 26. November sagen, dass wir am 17. Dezember den letzten regulären Schultag am Gymnasium Carolinum haben werden. Regulär wäre es der 21. Wir sagen, es ist der 17. Und dann wollen wir eine Idee, die wir schon mal auch vor längerer Zeit diskutiert haben, jetzt am 20. und 21. Dezember umsetzen. Das ist das sogenannte individuelle Arbeiten, das heißt die Freiarbeit. Wir wollen diese beiden Tage, den Montag und den Dienstag nutzen, damit ihr sozusagen auf eure Lehrerinnen und Lehrer zugehen könnt und sagen könnt, was denken sie, wo sollte ich mich verbessern, was sollte ich vielleicht nacharbeiten. Und das könnt ihr in der Schule machen, ihr könnt das aber auch sozusagen zu Hause machen, ihr könnt das aber auch digital machen, ihr könnt aber auch euch untereinander vernetzen, ihr könnt auch von mir aus eure Sachen sortieren. Also wir werden das nochmal fein justieren, wir werden das am Mittwoch auch der Schulkonferenz vorstellen, aber Fakt ist, dass wir am 20. und 21. individuelle Freiarbeit haben werden, dass am 17. und 12. der letzte reguläre Schultag hier ist. Und das bedeutet dann unter anderem auch Semesterende für die 11. Klassen, das heißt 17. und 12. nur mal der Hinweis dann auch an alle Noten, Schluss und alles, was damit zusammenhängt. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder Dinge für euch zusammengetragen. Hier Gott sei Dank ein kleiner Nachtrag aus der letzten Woche, da konnte man noch fahren. Die Schülerinnen und Schüler der 8.6 waren unter anderem mit Herrn Pfahl in Rostock im Physikinstitut an der Uni. Wie gesagt, ihr seht die Bilder, allen hat es wunderbar gefallen. Auch Dank nochmal an die Uni. Wir sind ja sozusagen ein Partner der Universität Rostock. Hier, da haben wir schon mal drauf hingewiesen. Maylin war ja neulich schon mal bei uns, aber hier sind auch mit Frau Perten, Hans, Alea und auch Maylin und Johanna, die hier ihre Urkunden erhalten haben. Auch nochmal Glückwunsch von uns. Das war der Klimakunstwettbewerb. Hinweis von Frau Hatten, die Hoodies können abgeholt werden, aber es kam auch die Frage Nachbestellung möglich. Ja, also ihr seht, es ist genug da. Die, die bestellt haben, haben ja auch schon bezahlt. Also holt es ab und wer will, kann nachbestellen. Ja, Make Your School. Hinweis von Frau Zwerg. Hier ganz, ganz wichtig. Steht dann auch nochmal, wir wollen es posten. Hier, 1.12. da ist der Einsandeschluss. Nicht vergessen, dran denken. Viele machen da mit. Es macht euch immer Spaß. Und es war auch mal wieder ein bisschen laut, aber wir sind sehr, sehr froh, dass die Männer der Firma Krumm aus Miro unsere Dachrinnen gereinigt haben. Ihr seht ja immer wieder, so rausplätschert nach Jahren, hat das funktioniert. Und hier auch nochmal der Hinweis, wir werden auch in den nächsten Wochen und Monaten im laufenden Schulbetrieb bauen. Aber ich glaube, das ist wichtig für uns alle, dass wir da vorankommen in Haus 1 und Haus 2. Ja, dann ist es so, Studientag am Montag, alles organisiert. Die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse sind hier. Einige haben sich angemeldet aus den anderen Klassen, die anderen sind zu Hause. Also viel Erfolg. Vielleicht schläft der eine oder andere auch mal aus. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, denn am Sonntag ist schon der erste Advent. In diesem Sinne, seid gegrüßt und bleibt gesund.